Der Namenspol Nomen est omen heißt das Machtwort. Wilde Stränge gilt es zu betrachten, wo weder hilft das eine noch das andere Wort. Drum wollen wir Allgeistswille hier erachten. Was auf der einen Ebene reines Plaudern wäre, isst auf der anderen Abhören uralter Töne. Drum esse nie die Traubenbeere ungewaschen, sondern trinke deren fragmentierten Saft und versöhne. Wissenschaftliches Gehadere ist Name ist Schicksal fremd. Drum hadere, wenn deine dir geschickte Ehefrau manchmal dich nicht mehr kennt. BSE ist Zeichen genug für wahr, dass energetische Ströme ständig kippen. Ist auch die Theorie der Prionen wahr, lässt sich doch manche Theorie kippen. All die Theorien gelten noch fürs Erste. Die Theorie Einsteins etc. Einstein betrachtet alles, als ob nur das Elektron wäre fürs Erste. Es gibt aber auch das Proton neben dem Neutron bla bla bla. Wahre geistige Führergestalten sind stets etwas dumm. Sie gehen unter in den Wellen, klammern sie sich nicht an eins ans Cogitusum. Verlangt man von mir etwas mehr, zu erklären euch die Theorie der Neutronalen Reflexe oder etwa den Protonal-Uphonautischen Transferverkehr, würde man machen, meine Gespielen zur Hexe. Rauche ich doch meterlange Zigarren, um hervorzukitzelnden Gedanken, und turne ich doch eifrig am Barren, um nicht stets schwankend dahin zu wanken.